Liebe CYBATLON-Community, vom 19. bis 20. September 2020 hätten genau hier in der SwissArena in Kloten 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer lautstark die CYBATLON-Teams angefeuert. Wie gesagt, hätten. Leider ist die internationale Lage aufgrund der Covid-19-Krise nach wie vor sehr unsicher. Daher haben wir zusammen mit der ETH Zürich entschieden, den CYBATLON in seiner ursprünglichen Form im September 2020 nicht durchzuführen. Diesen Entscheid bedauern wir sehr. Aber im Austausch mit den internationalen Teams arbeiten wir mit Hochdruck an einem neuen, globalen Format, damit wir im Spätherbst 2020 gemeinsam Mensch und Technik bewegen können. Auf unserer Website werden wir laufend über die Fortschritte dieser innovativen Weiterentwicklung des CYBATLON berichten. Wir möchten uns herzlich bei den über 1200 Volontiers bedanken, die sich für den CYBATLON in der SwissArena in Kloten registriert haben. Auch wenn es dieses Jahr mit der Durchführen im gewohnten Rahmen nicht klappt, freuen wir uns, euch weiterhin zu unserer Community zählen zu dürfen. Das Geld für bereits gekaufte CYBATLON-Tickets wird selbstverständlich zurückerstattet. Alle Informationen dazu findet ihr ebenfalls auf unserer Website. Das CYBATLON-Symposium findet am ursprünglichen Datum, dem 17. und 18. September 2020, neu in virtueller Form statt. Auch hier werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu gegebener Zeit informiert. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei allen Partnern, den Teams aus aller Welt und allen Beteiligten für ihr Engagement, ihr Verständnis und die Inspiration in dieser herausfordernden Zeit bedanken. Wir freuen uns auf eine spannende, neuartige Durchführung des CYBATLON 2020 und bald schon wieder gemeinsam Mensch und Technik bewegen zu dürfen.